Ohohoho! Geht wieder los! Oh ich habe einen Anruf! Für Ivan Getul-Volkow! Oh, aber mein Bauchhelm! Den darf man natürlich nicht vergessen, der ist ja wichtig. Herzlich Willkommen zurück zum Bau Simulator beziehungsweise, zu recorded demolish à la Das ist irgendwie so ne neue Form oder, ja, irgendwie so ein neueres Game, wo man irgendwie so Sachen kaputt machen kann. Ivan, get to walk off. Also, geh zur Arbeit, Koff, Allah. Ruf mich gerade an. Bist schon da, Allah? Du hast schon lang enough gebraucht. Keeping or Kunden waiting ist scheiße, Allah. For the business. Ja, fang mal an zu arbeiten. Ich brauch keine faulen Säcke wie dich. Ähm. Oh, das ist alles in Ego-Perspektive. Das ist ja mal was Neues. Ich seh nur gerade, ich sitze über der Mini-Map. Das bedeutet, wir teleportieren uns mal eben genau da rüber, Allah. Ja, so ist ganz gut, glaube ich. So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Wir müssen hier interagten. Wie interagte ich denn? F ist für Interact. We are changing this old casino into a restaurant. Before we can start redecorating, Allah, we need to have some walls removed. Ja, gönn. Use worker sentence default air to highlight task objects. Oh, ja. Ganz kurz, bevor jetzt wieder alle in die Kommentare schreiben, hey, Kalle, Allah, schreib doch mal, spiel doch mal, mach doch mal auf Deutsch. Gucken wir mal in die Option. Aha, de. Wusste ich's doch. Da ist doch ein Haken, habe ich mir gedacht. So, abreißen. Was soll ich hier abreißen? Die Wand. Achso, Stühle in den Container. Aha. Geil. Jetzt haben wir schon einen drin. Das ist sehr gut. Wir machen Fortschritt. Wir machen Fortschritt. Finde ich ganz gut, dass wir hier das Casino dicht machen und ein Restaurant draus machen, weil Essen ist geiler als Gambeln, Allah. So, jetzt muss ich noch elektrische Leit... 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 Leitung... Achso, ich reiß es einfach auseinander mit F. Unnormal belohnt. Auftrag Abriss. Aufgabe erledigt. Innenwände abreißen. Ah ja, guck mal hier, da sind dann schon so vorgefertigte Wände, Allah. Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. Gön. Eh. Allah, das ist ein bisschen wie bei Hausslipper, ey. Unnormal. Da kommt mal, wir haben schon 24 von 89. Da geht noch was. Geil. Also, dass man hier diesen Sensor, diesen Sinn dafür hat, dieses Gespür, Allah. So richtige Spinnensensoren, weißt du? Da bist du so richtig Spider-Man, Allah. Und dann kannst du da so richtig schön sagen, so... Da ist eine Wand. Die muss weg, Allah. Gön. 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 Aufgabe erledigt. Aber hier ist doch noch ein bisschen Mauer, Allah. Allah, wir sind hier bei der Allah Ultras GmbH. Ich hab das schon mal gesagt. Wir machen das hier anständig, ey. Nicht immer so halbe Sachen, Allah. So, oben müssen wir auch die Löwen wegkloppen. Wie kommen wir denn da rauf? Aha. Boah, so, ekelhaft. Richtig Fickholzen kann man die. Also wegsteinen eher mal. Weil das sind ja so Steine, weißt du? Aufgaben erledigt. Alle Aufgaben wurden erledigt. Drücke Enter, um abzuschließen. Aha. Okay, das ist der Auftrag gewesen. Finalize. Katsching. Geil. Wieso hab ich denn jetzt 5 Dollar Melone bekommen? Wofür? Was? Was? Naja, mach mal weiter. Oh. Oh. Ich werd schon wieder angerufen. Ivan Get Your Work Off ruft wieder an. Ich habe gerade einen Anruf an einen Kunden erhalten. Er sagte, du hättest eine unschätzbare Löwenstatue kaputt gemacht. Ja, er hat doch gesagt, mach kaputt, Eier. Der Kunde hat immer recht. Vergiss deine Honorare. Was, Junge, was? Ich habe genug. Du bist gefeuert. Alter, was ist da denn der Hass, Alter? Ist das ein bisschen ohne Job, oder was? Oh, Mann. Ich hab schon wieder einen Anruf. Hey, ich habe gehört, der Chef hätte dich gefeuert. Ich habe auch gekündigt. Der Typ zahlt schlecht und stinkt dabei wie ein obdachloser Affe. Was denkst du darüber, wenn wir unser eigenes Unternehmen gründen? Junge, wer unnormal belohnt? Die Alla Ultras GmbH. Die hat schon. Die hat sogar schon Bauunternehmen. Wir könnten jetzt hier nochmal in, wo wir auch immer hier sind. Alter, gibt es Dollar. Also Arizona Süd oder sowas. Wir sind jetzt Busfahrerunternehmen auch schon. Also es ist eine globale Firma. Ich würde mich jetzt hier auch gerne nochmal niederlassen. Hätte ich nichts gegen. Sag ich, wie es ist. Neues Tutorial. Grundstücke. Du kannst Geld in Grundstücke investieren. Dafür musst du eine Reihe an Aufgaben bewältigen, um Einkünfte aus ihnen zu erzielen. Aha. Wir sind hier wirklich im wilden Westen, oder was? Hier sind so Bäume und Berg. Das muss der wilde Westen sein. Also anders kann ich es mir nicht erklären. So, erstmal Päuschen, würde ich sagen. Oh, nee. Oh, nee. Heute nicht. Entdeckt. Dein Büro. Möchtestes Grundstück erwerben. Akzeptar. Keine Materialien benötigt. Aufträge. Bretter und Fenster von Türen entfernen. Und ihnen abreißen. Okay. Aufgaben annehmen. Weil wir brauchen ja Geld. Hol den Vorschlag. Hammer. Sie haben uns. Einhängen. Pick-up-Truck. Fahrzeug liefern. Jo, ich habe einen richtig geilen Pick-up. Pick-up. Wir gehen nach meinem 7, nach meinem Pick-up. Ich schau nach meinem Pick-up. Ich schau nach meinem Pick-up. You want to. Ich fahr jetzt gerne mit meinem Pick-up. You want to. Oh. Ich fahr gern mit dem neuen Pick-up durch die Gegend. Yeah. Ach so, ich muss in mein eigenes Haus. Ich soll noch nirgendwo hinfahren. Also diese, 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 diese Kassen-Sinne sind so sexy, Alter. Oh, du Scheiß. Ich um mein Holz. Ich um mein Holz. Holz, sie, Holz, sie, Holz. So. Jetzt haben wir alle Fenster befreut. Und jetzt müssen wir noch diese Ruinen hier abreißen, irgendwie. Boom. Alter, die Physik. Guck mal. Da, ach so, sind so kritische Dinger sogar angezeigt. So, so, aue, aue, yo. Das haben wir. Also ich will das immer nicht so stehen lassen, ne? Das Spiel ist mir zu schlampig. Das gibt sich mit zu wenig Zufrieden, Alter. Alle Aufgaben wurden erledigt. Stufe 1. Entwicklung beendet. Geil. Oh, wir werden schon wieder angerufen. Wahrscheinlich von Joey Smith, Alter. Wie läuft's? Der löppt, Alter. Der Lachs löppt. Nun brauchen wir schwere Maschinen, um bessere Aufträge zu bekommen. Now we're talking, Alter. Alter, das ist aber schick hier. Guck mal, Lensflare, ey. Oh, das rote Fragezeichen. Hallo. Oh, shit. Entferne die Toiletten und die Wandfliesen. Akzeptar. Hier müssen wir wieder irgendwas rausreißen. Auftrag, Abriss. Badezimmer, Ausstattung zerstören. Badezimmer, Fliesen zerstören. Oh, weia, wir können jetzt hier richtig einen weghämmern, Alter. Gönn. Boom. Woo. Ich mach dein Scheißhaus kaputt, Alter. Hier wird nicht mehr geschissen. Guck mal, für jede Fliese, die ich hier noch weghaufe, kriege ich trotzdem noch 2 Dollar. Ich hab das Spiel jetzt schon besser verstanden, wahrscheinlich als jeder andere. Alter, ich kann hier richtig hart grinden. Das ist ein richtiger Geldgrind. Der unnormal. Aufgabe erledigt. Komm, gönn. Oh, jetzt haben wir wieder den ganzen Tag gearbeitet, ne? Haben wir uns aber noch mal eine Pause verdient, ey. Oh, Mann. Eigentlich... Eigentlich hab ich schon Bock, ne? Ja, aber heute nicht. Aber eigentlich wollten wir jetzt einen Bulldozer kaufen. Im Maschinengeschäft. Weiß ich noch gar nicht. Kriegen wir für 5.000 Flocken? Kriegen wir da überhaupt was? Hallo? For Sale. Achso, ich muss vor den Bulldozer gehen, wahrscheinlich, ne? Bulldozer. 2.000 kostet der nur? Das glaube ich nicht. Mein Bausimulator war alles deutlich teurer. Bist du sicher, dass du dieses Fahrzeug kaufen möchtest? Yo. Oh, Joey Smith ruft wieder an. Du musst Prüfung bestehen. Aha. So, hier ist das Prüfungsschild. Hört sich nicht gesund aneinander. Boom. Geil. Ey, das sind so Sachen. Die haben mir beim Bausimulator die ganze Zeit gefehlt. Einfach mal mit einem Bagger irgendwo gehen und bumm ist es weg. Weißt du, wie ich mein? Aha. Hier soll ich drüberfahren. Alter, das ist doch mega geil, Alter. Die Prüfung ist übrigens nur W drücken. Also mehr mache ich hier nicht. Brauche nicht mal die Maus. Aufgaben erledigt. Ja, jetzt darf ich Bulldozer fahren, Alter. Weh. Jetzt geht es darum, Money zu verdienen, Alter. Wo sind wir? Also das ist natürlich sehr ähnlich wie beim Bausimulator hier, ne? Jobs. Wir haben diesen alten Saloon als Attraktion für Touristen genutzt. In diesem Zustand kann er aber jederzeit zusammenfallen. Reiß er den Saloon ab? Ich sage ja, wir sind im Wilden Westen. Das habe ich an den Bergen gesehen und an den Pflanzen. Ich habe es euch gesagt, Alter. Ich muss ja damit da hinfahren. Den Pickup, den brauche ich wahrscheinlich nie wieder so. Es sind auch überall noch so Fragezeichen auf der Map. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal spielen. Müsst ihr mal abstimmen, Alter. Ob wir nochmal weiterspielen oder nicht. Wissen wir nicht, ne? Wie gesagt, das Game hat irgendwie 1,50 gekostet. Aber es macht schon Spaß. Und es gibt so Bausimulator-Flashbacks auf jeden Fall, würde ich sagen. Letzten Sommer war ich am Baggersee. Da habe ich ein Mädchen gesehen. Und ich baggerte sie an, denn ich bin der Baggermann. Letzten Sommer war ich am Baggersee. Oh, scheiße, Alter. Die Rüstung hier ist aber ganz schön schief. Wegpunkt wurde erreicht. Sehr schön. Gönn-Auftrag. Gönn. Neues Tutorial. Staubeindämmung. Einige Baustellen verlangen nach Staubeindämmung. Um den Staub einzudämmen, musst du das Gebäude vor dem Abriss bewässern. Nimm den Schlauch und nutze den Feuer-Button. Rechte Maustaste. Leute. Ich habe einen Schlauch. Ich habe einen Schlauch. Schlauch nach links. Schlauch nach rechts. Nach oben und nach unten. Schlauch nach vorn. Schlauch zurück. Wir drehen unsere Runden. Schlauch nach links. Schlauch nach rechts. Na, 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 na. Alle meine Ländchen schwimmen auf dem See. Übrigens, dieses Schlauch nach links. Schlauch nach rechts ist ein Kinderlied von Volker Rosin. Könnt ihr mal googeln. Das gibt es wirklich. Also, ich weiß nicht. Aber irgendwie macht mich das mental schon wieder. Ach nee, wir haben ja gesagt, heute nicht. Wir sollen erst mal die Schule in den Container stehen. Das ist ja hier Everyday Shit schon mittlerweile. Das haben wir ja schon gelernt. Hier. Nummer 2. Bin ich hier auch raus? Komm, gönn. Oh, unnormal belohnt. Das Spiel denkt so mit. Das Spiel denkt so mit. So, Zaun abreißen. Alten Zaun mit Bulldozer abreißen. Jetzt müssen wir unseren Traktor hier nehmen. Oh. Das ist doch mal geil, Alter. Wirklich. Also, mir macht mega Bock das Game. Ich sag's doch mal. Keine 2 Euro. Keine 2 Euro, Alter. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das am Black Friday oder am Black Friday oder... Black Friday, Alter. Schön am Weg fliegen. Oh. Wuh. Alter, da kann man ja ein richtiges Loch reinballern. Ah, da ist Staub, ne? Staubanzeige wird angezeigt da unten. Seht ihr das? Natürlich seht ihr das, weil ich jetzt reinzoome in die Aufnahme, weil ich ja mit Premiere umgehen kann. Alter, mein Gott. Soll ich nochmal den Schlauch holen? Schlag nach links, Schlag nach rechts. Oh. Guck mal, wie das alles wegfliegt. Aber das macht so Bock, das hier abzureißen. Ich sag's, wie's ist, ne? Oh. Schön. Oh. Geil. Aufgabe erledigt. Unnormal belohnt. Ich würd sagen, da haben wir mal einen guten Einblick in das Spiel bekommen. Ich mach jetzt mal Feierabend, Alter. Jetzt reicht's mir, ey. Den ganzen Tag hab ich mich zurückgehalten. Aber jetzt... Abonniert gerne den Kanal. Macht das Glöckchen an. Bing, bing, bing. Und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. 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 Tschüss.